Hallo Freunde! Willkommen zurück zum Mute Runner! Genau, Mute Runner. Jetzt habe ich hier den kleinen Chip hier genommen. Da entdecken wir jetzt ein paar Fahrzeuge. Und sogar ein geiles Übers Teil. Das werden wir dann noch sehen. Ich werde die jetzt hier ein bisschen aufdecken. Dann werde ich hier die natürlich reparieren lassen, weil die ist mir alle noch etwas beschädigt. Und dann werde ich mir noch Benzin holen und sie auftanken. Das ist das, was wir in dieser Folge machen werden. Das ist das, was wir in dieser Folge haben. Das ist das, was wir in dieser Folge haben. Das ist das, was wir in dieser Folge haben. Das ist das, was wir in dieser Folge haben. Und mit dem kommt man überall durch. Sogar da, wo man meint, man probt dann das durch. Da probst du durch. Ja genau, so schaut es aus. So. Schauen wir mal. Das schwere Teil. Ja genau. Nein, biet das Ding hier. Echt. Geil hier. Oh, herrlich. Hört ihr es? Es schnurrt das Kätzchen. Miau. Es schnurrt so richtig. Herrlich. Jetzt fahren wir erstmal zur Reparatur. Dann schnappen wir uns das andere Teil. Und werden dann hoffentlich, glaube ich, wenn es hier so weit ist, erstmal Dix holen. Diesel. Wir brauchen natürlich Diesel. Sonst kommen wir hier in der zweite. trajectory. Die z對不對 geht, aber auch Journey fahren wir. Los geht es super. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020